Ja genau, äh, Favorit ist tatsächlich Leben und Tod, das testen wir gleich nochmal. Also was heißt testen, wir machen's einfach nochmal. Ja das stimmt. Beim nächsten Gegner. Na, nee, hier sind keine Gegner. Wir sind so plötzlich freundlich zu uns. Das ist ein neutraler Boden. Oh. Wollen wir sagen, wir sollten nur aufpassen, dass wir keine der Leute hier grillen. Nee. Das klingt ein bisschen einschlecht. Das finde ich echt begeistert. Oh je, das klingt. Natürlich meditieren wir mit dir. Kein Problem. Geht, wir meditieren von mir. Geht meditieren? Geht meditieren? Nö. Was es natürlich nicht mehr gibt, ist, was es beim ersten Teil gab, fällt mir gerade auf, diese Spickzeile. Du konntest dir einmal unter deinem Charakter mit so einem Mausrad durchgehen und dann hat er dir gezeigt, welche Zauber er kann. Nochmal bitte. Achso, das mit dem Mausrad. Ja, ja, ja. Genau, das gibt es jetzt nicht mehr. Man muss es sich wirklich merken. Die Glänzenden sind in der Zeile und stehen da. Ja. Also es werden auf jeden Fall so lange Magiker-Videos bei Twitch kommen, bis wir das Spiel durchhaben. Und dann schauen wir mal, wir müssen ja noch einiges freischalten. Denke man nicht, also wir haben ja noch bei weitem nicht alles freigeschaltet. Also das Ding ist auch, wegen Review, da wir das alles privat machen, da dauert es natürlich auch immer etwas, bis das irgendwie mal rauskommt. Das heißt, wir sind meistens immer ein bisschen hinterher dafür, aber auch nicht so gezwungen, wie normale Zeitschriften das machen. Meistens. Meistens. Natürlich. Natürlich. Man, er kennt einen Geheimnis von dem, was kann er was. Man, er kennt einen Geheimnis von dem, was kann er was. In der östlichen Bucht wartet ein Geheimnis. An der späteren Stufe. Komm, bestimmt noch hin. Bestimmt. Der alte Erste, der wollte das in Bolle. Katzenminz immer wach. Men für Niefelheim, Katnipp. Der be no akuta Revolta. Bara namnen der Nido-drycker. Neva Fri-Volter der Thales-person. Men ingen dera Kamekauset. De dörren er in Ne. De dörren der Stupido Prude Condition. Now bird your word out there. Der Tiranusaur. Der Marketsense. Marktworschung. Es ist Marktworschung. Mhm. So nennt man das heutzutage. Schuhe. Abast. Schuhe. Jungs. Hehehe. Dörts. Ach so. Ja. Auch. Ähm. Also das, was wir hier spielen, wird auf unserem Let's Play Kanal dann noch veröffentlicht. Ach so. Wir haben nen extra Let's Play Kanal. Ich glaube, der ist hier noch gar nicht in der Beschreibung mit drin. Den müssen wir nochmal mit hinzufügen. Ne, das kann sein. Ich dachte, das ist jetzt Artikel gemeint. Können wir hier lang? Also, beziehungsweise gibt's hier was schönes? Dann bestimmt. Dankeschön. Das können wir schnell. Ja, ich, ne Feuerrobe, ne? Hehehe. Ah, ok. Merkst du selber, ne? Hehehe. Mhm. Da, 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 da. Oh, wo wir machen? Grün und... Ja, du bist da schneller als ich. Das war... Hallöchen. Nice. Kava aus Heel. Au, 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 ich bin tot. Ich auch. Machen wir unsere Explosion? Ja, kommt doch nix bei denen. Ach, scheiße. Ich heil den damit, ne? Ich bin schon wieder zurück. Warte, was war das? Leben und Blitz. Leben und Blitz. Das soll ich sein... Ha, 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 ha. Heil ihn! Heil ihn zu Tode! Ähm, Schwierigkeit ist normal. Ich hab ihn. Jo. Die Heel-Axt. Auch tote Götter sind sterblich. Geringerer physischer Schaden, mittlerer Feuerschaden. Das war's für mich. Ja, wo wir sagen. Perfekt. Ja. Schwierigkeit ist halt, äh... Normal erstmal. Jo. Und dann später, das ist richtig schwer. Aber das ist jetzt auch schon teilweise schwer geniht. Im ersten Winter Meeting. Gefangenen in den Tebappen, mein old Baby. Ja, toll. Kriegen wir hin? Feuer! Bestimmt. Oh, scheiße! Du sollst dich dann verteidigen. Ach, manno! Kann ich nicht, wenn du mich selber einfierst. Nein, Fiest. Ich bräuchte mal eine Wiederbelebung. Ja, das haben wir sehen. Schon dabei! Schon dabei! Schon dabei! Wie sollen wir irgendwas verteidigen? Jede Frage! Wuh! Komm doch her! Oh, tatsächlich! Gut funktioniert! Das ist unfassbar! Bäm! Das ist ein Zwerg! Ja! Haha! Der warme Kebaben! Hervorger's! Ja, auf den Helfer kommt's an! Tätä! Mutteleinen im Wetter! Ein Tranchiermesser! Oh, das nehme ich! Das nehme ich! Mach das mal! Na los! Beil dich los! Schnell! Oh, physischer Schaden! Schneidet und kleidet! Und das ist noch nicht... Ei! Doch, das ist alles! Geil! Wow! Oh, ich habe meinen Messer verloren! Das Ding macht man eben bei einem 400 Schaden! Das ist schon geil! Avenue des Baguettes! Avenue des Croissants! Avenue des Croissants! Avenue des Croissants! Maison de l'Art-Erentranc! Sehr gut! Das war schon richtig, glaube ich! Glaubst du! Hier muss man bestimmt nur wegbrennen! Boah! Fire! Da-da-da-da! Aber hier müssen wir bestimmt nur lang! Darauf kannst du einen lassen! Jetzt wird es... Oh, hier! Eine Eisprinzessin! Schön, dass man die Eisprinzessin mit Eis... Äh... Anscheinend doch nicht! Du gehst übrigens unter! Nur so zur Info! Belebe mich wieder! Feuer! Was nutzt man wohl, um eine Eisprinzessin zu töten? Richtig! Feuer! Da ist ja noch eine! Oh! Ich bin tot! Oh! Oh! Ich auch! Oh! 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 Ich bin runtergefallen! Oh! 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 Machst's ja für mich mal tun! Oh! Naaass! Oh, da ist ein Eichhörnchen mit erschussend! Haizzy! Aaaaaaah! Tod! Soviel zum Thema Helfer wieder. Zu viele Bäume im Weg. Ja, geil. Das macht Sinn. Das klingt sehr gut. Ja, es ist schon, es ergibt Sinn. Ja, ja, doch, doch. Wir hätten vielleicht an der Straße doch erstmal nach unten gehen sollen. Ja, nur ist es spät. An uns kommt ihr nicht vorbei. Kammerjäger. Kammerjäger? Man steht da, gewährte ich das? Ach, also. Kaboom. Ich bin tot. Gesehen. Bin schon wieder tot. Kommt doch, wenn wir mal was ausprobieren. Verdammt. Ich hab's versucht. Bis spät. Ich hatte es noch versucht. Seine letzten Worte waren wir. Ich hab's versucht. Ja. Oh, toll. Oh, boah, tschüss. Ich bin irgendwie sehr langsam. Warum bin ich so langsam? Keine Ahnung. Kann ich genauso gut fragen, warum nicht so schnell? Ich bin jetzt immer noch ziemlich langsam. Danke. Das hilft. Das hilft. Das ist ja komisch. Ganz mehr komisch. Gucken, ob es jetzt immer noch so ist. So, tiny pappere, mechteru. Otelen, nidor. Pire que le vin. Il estupide de moi. Et vous, c'te. Et les ordion. Oh, das war mir für Kham. Riskeleinen. Birweleinen. Oui, oui. Voulez-vous parquet? Je vole maintenant. Voulez-vous parquet? Je veux maintenant, Capastrophe. McVenner. König. Das ist mal einfacher, aber. Ja. Der Wiese. Die Fenster in der Westestrade. Bebhoff und Dordi. Der Westater, Wandermälen. Halt! Stopp! Rest in's Meer. Waka. Der Ploge, der Kucke, wenn es der Fenster in der Fenster ist. Endlich mal jemand, der es versteht. Ja. Et de Prospect. Ihr Ham der Allianz. Gleich mal Bum-Bum. Der Midgard. Meine. Bum-Bum. Munder, der Süden-Swinge-Kling. Pille nu nü der Kaste. Durf. Mange du Fuss und Kram. Da könnte der Ding nicht recht machen. Intervall des Muschslustri. Et riski der shiny futuro. Mais ce qui est le pire. Couleur de bonhomme de neige. Ou secque nord. Hey, das ist auch wieder richtig. Das ist ein Zweigensschlauch. Mh. Minimalen. Zilde. Das ist doch von Braveheart, oder? Ja. D'accord. Spendt ihr Röhnbatton. Maintenant, nous allons jouer. Nutschi, lufti. Fertig. Was? Fertig. 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 Max, du musst mich mal wieder benehmen. Du sperrst. Fertig. 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 Aber schön, dass du die Untoten immer dabei hast. Ja. Aber es wird schon nicht wieder gleich hin. Ja. Aber du schlägst dich noch sehr gut. Also du hast dich echt verdammt lang geschlagen. Das war aber gut ab. Das hättest du nicht gewonnen. Ja, bis zum Leben. Ich bin schon wieder tot. Das geht doch nicht. Nein, da bin ich. Der macht dich verdammt schnell fertig da, der blöde Elf. Du kannst wieder Heilung machen. Fuck, ich bin schon wieder tot. Das ist aber dieses typische für mich Glaskanone, ne? Ich bin schon wieder tot. Da haben wir sie, komm. Tada. Aha. Hält. Nice. Uh. Das hat sich verdammt gut geschlagen. Sehr, sehr gut. Alter, das war aber auch... Schöne Kombination. Ja. Ich kann es nicht allzu lange hochhalten. Ich kann es nicht allzu lange hochhalten. Wunderhol. Wir haben neue Teeterreisen. Oh, mit der Wetterwolke. Oh, der ist schön. Und eine Wuchsi-Arobe in Blau. Den ganzen Ringe haben wir noch nicht eingelegt. Wir haben noch gar nicht rausgefunden, was die sind. Oh, cool. Das ist so ein China-Gedöns, hätte ich fast gesagt. China-Gedöns klingt sehr professionell, Sascha. Sehr professionell. Ja, das klingt überhaupt nicht rassistisch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oben rechts findet ihr die Playlist zu Magica 2. Unten rechts geht's zu unserem Hauptkanal. Dort findet ihr verschiedene Reviews zu Spielen oder Filmen, sowie unser Format Spielkinder unterwegs und alles andere, was nichts mit Let's Plays zu tun hat. Viel Spaß beim Stöbern. Bis zum nächsten Mal.